Das Tagesgespräch bei phönisch heute mit Henning Otte, CDU, CSU. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Guten Tag in die Hauptstadt, Herr Otte. Guten Tag, Herr Fettgau. Ja, der Krieg des Diktators Putin gegen die Ukraine, er geht mit voller Härte weiter. Wir antworten mit Wirtschaftssanktionen und schauen womöglich demnächst zu, wie Odessa oder Kiew in Schutt und Asche gelegt werden. Übrigens, Odessa ist eine der schönsten Städte Europas. Herr Otte, manche nennen das eine Bankrotterklärung des Westens. Wie nennen Sie das? Es ist erstmal eine moralische Bankrotterklärung von Putin. Er führt sein eigenes Land in einen sogenannten Bruderkrieg, ist brutal, geht gegen zivile Strukturen vor. Und wir haben eine Antwort. Wir haben ein großes, abgestimmtes Sanktions, also Sanktionen aufgelegt, die auch wirken. Und wir liefern auch Waffen mit anderen Ländern. Und es zeigt sich, der russische Vormarsch wird dadurch gelähmt. Ja, aber offenbar ist es ja so, dass die Russen nicht mal in der Lage sind, Mariupol, was ja seit 20 Tagen belagert wird, einzunehmen. Auch Kiew wehrt sich mit Mann und Maus, um es mal salopp zu formulieren. Derweil werden aber viele Wohngebiete beschossen. Das heißt, Putin macht da mit aller Härte weiter. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht das Gebot der Stunde? Reichen diese Sanktionen, die Sie nochmal angesprochen haben? Oder muss da eventuell auch militärisch mehr kommen? Die Sanktionen sind sehr weitreichend. Sie führen auch dazu, dass auch militärische Geräte nicht mehr produziert werden können. Und gleichzeitig werden Waffen geliefert. Putin will sich eine maximale Position erarbeiten durch militärischen Druck, um bei Verhandlungen dann auch eine hohe Position zu haben. Und es geht darum, jetzt deutlich zu machen, wir brauchen einen Waffenstillstand, damit Versorgung durchgeführt werden kann. Und hinter den Kulissen laufen viele Gespräche. Wir müssen hoffen, dass sie fruchtbar sind. Ja, und sozusagen in aller Öffentlichkeit läuft in Deutschland derweil die Diskussion über die bessere Ausrüstung der Bundeswehr. Da kam ja gestern die Meldung, dass Tarnkappen, Kampfmaschinen bestellt werden sollen, F-35, und zwar 35 an der Zahl. Wie bewerten Sie diesen Vorgang, Herr Otte? Den Rahmen bildet das Planungsziel der NATO und der strategische Kompass der Europäischen Union. Und darauf abgebildet ist das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr. Und wir müssen einen Beitrag leisten zur nuklearen Abschreckung. Und die alten Tornados werden ausgetauscht jetzt gegen F-35-Fluchzeuge. Das ist eine gute und ist eine richtige Entscheidung. Aber sie darf keine Verdrängung durchführen. Die Truppe insgesamt muss gestärkt werden. Und sie braucht jetzt dringend das Material, um vom Friedensmodus in den Verteidigungsmodus zu kommen. Material ist benötigt, sagen Sie. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Dinge, die jetzt zügig angeschafft werden müssen? Das Wichtigste ist, dass die Ankündigung vom Bundeskanzler Scholz 100 Milliarden und zusätzlich 2 Prozent für den Verteidigungsetat, dass das auch kommen muss. Es scheint, dass es eine Luftnummer ist, dass dies sich gegenseitig konsumiert. Das kann nicht sein. Der Bedarf ist riesig. Allein die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren müssen bedient werden. Wir haben Inflation, wir haben eine höhere Personalquote und wir müssen die Investitionskraft der Bundeswehr stärken. Und dazu muss die Bundesregierung jetzt schnellstmöglich eine Liste von Beschaffungen vorlegen. Nun sagt Frau Högl, die ja heute ihren sogenannten Wehrbericht vorstellen wird, mit Blick auf die Pläne, die Bundeswehr jetzt bei der Betreuung von Flüchtlingen auch einzusetzen, sagt sie wörtlich, die Bundeswehr sei kein Mädchen für alles und auch die Truppe müssen sich jetzt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Sehen Sie das auch so, dass jetzt klargestellt werden muss, dass bei allem Verständnis und bei allen guten Einsätzen, beispielsweise rund um das Hochwasser im Ahrtal, dass die Truppe jetzt nochmal jetzt in Zukunft wirklich für die Verteidigung gebraucht wird? Die Truppe muss die Bündnisverteidigung und die Landesverteidigung sicherstellen. Wir sind an der osteuropäischen Flanke stark beansprucht. Wir sind über 1000 Soldatinnen und Soldaten in Mali. Im letzten Jahr war die Evakuierungsoperation in Afghanistan Hochwasserschutz und Covid. Und die Wehrbeauftragte hat vollkommen recht, wenn sie fordert, jetzt muss die Truppe sich auf die Kernaufgaben reduzieren. Nach zwei Jahren Covid müssen andere staatliche Strukturen dies übernehmen. Die Truppe kann nicht für alles herhalten. Es gab ja im Zuge dieses Krieges, der ja jetzt schon 20 Tage andauert, am Anfang ja auch Diskussionen darüber, wie möglicherweise die Hauptstadt, also Berlin, geschützt werden kann vor einem russischen Angriff durch möglicherweise Mittelstreckenraketen. Herr Otte, die Drohung gegenüber dem Westen ist ja virulent. Erstens, man denke an den Brief oder an die Briefe, die Moskau geschrieben hat an Finnland und an Schweden. Was resultiert denn daraus? Muss sich Deutschland, muss sich die NATO nicht über kurz oder lang wirklich mit einer harten Auseinandersetzung mit Russland befassen? Wir müssen die Ukraine unterstützen und gleichzeitig verhindern, dass dieser Konflikt sich ausweitet und verzahnt. Und wir dürfen uns von Präsident Putin und seinem Militär nicht provozieren lassen. Es steht kein Angriff auf das NATO-Bündnis an. Aber wir müssen deutlich machen, es gibt eine rote Linie, das ist das NATO-Verteidigungsbündnis. Hier stehen alle füreinander ein. Und die NATO muss jetzt ganz klar darüber beraten, wie wir die Verteidigungsfähigkeit im konventionellen Bereich, in der Luft, auf dem Meer, aber auch im Cyberraum stärken. Dies ist eine gemeinsame Anstrengung, die notwendig geworden ist, weil Putin eben so aggressiv agiert. Herr Otte, zum Schluss. Die Regierungschefs vorhin kamen die Meldung. Polens, Tschechiens und Sloweniens machen sich auf den Weg nach Kiew, um Präsidenten Selenskyj möglicherweise seine Solidarität und Unterstützung zu versichern. Wäre so eine Reise vielleicht für Olaf Scholz oder andere Staats- und Regierungschefs, ich sage jetzt mal größere EU-Länder, nicht auch geboten in diesen Tagen? Das ist ein deutliches und ein gutes Signal, dass man auch den engen Kontakt sucht, die Solidarität sucht. Aber wichtig ist, dass auch hinter den Kulissen die Gespräche funktionieren, dass Diplomatie läuft und dass der Bundeskanzler vor allem das umsetzt, was er angesprochen hat. Deutschland muss einen Beitrag leisten, einen wesentlich größeren Beitrag für unser NATO-Verteidigungsbündnis und gleichzeitig bereit sein, Sanktionen umzusetzen und auch bedingt Waffen zu liefern für die Selbstverteidigung des ukrainischen Militärs und der Zivilbevölkerung. Sagt Henning Otte von der CDU-CSU-Fraktion, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Ich sage danke für Ihre Zeit und danke für diese Erläuterungen. Danke, alles Gute. Danke.